Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Magenta Sport. Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Der hat schon ganz viel erlebt in seiner Trainerkarriere und heute ist er zum allerersten Mal zu Gast bei uns. Herzlich willkommen, Thomas Oral. Danke, grüß dich. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast einiges erlebt in deiner Karriere, aber Gastexperte hier in diesem Studio warst du noch nicht. Gibt es da sogar so ein bisschen Aufregung bei dir oder bist du einfach so ein lockerer Typ? Ja gut, ich bin jetzt das erste Mal hier. Ich freue mich natürlich, hier sein zu dürfen. Und nein, ich habe jetzt keine Aufregung. Es ist ja nichts anderes wie ein normales Interview auch. Ich bin mal gespannt, wie eure Abläufe hier sind und dann schauen wir mal, wie der heutige Spieltag dann ist. So gehe ich auch immer rein in jede Sendung. Wie geht es dir denn aktuell? Das ist ja eine Frage, die ist ja so einfach eigentlich, aber dennoch so bedeutend. Was machst du? Wie verbringst du deine Zeit? Ja, mir geht es ganz gut. In der heutigen Zeit ist es natürlich schon wichtig, dass die Gesundheit an oberster Stelle steht. Eigentlich immer. Mir geht es gut. Ich habe meine privaten Abläufe, ich habe meine Sachen zu Hause zu erledigen. Aber ich bin auch natürlich sehr, sehr viel unterwegs, was den Fußball anbelangt. Ich tausche mich mit Leuten aus, die aus meinem Umfeld sind und versuche natürlich so viele Spiele wie möglich zu mir reinzuziehen. Aber ganz klar ist auch, wenn man dann auch ehrlich zu sich selbst ist, ich gehöre auf den Platz, ich will auf den Platz. Und dann ist es dann schon ab und zu mal etwas langweilig zu Hause. Ja, wir warten auch. Du bist ja ein ganz besonderer Trainer. Du hast ja auch die dritte Liga geprägt, warst auch in der zweiten, warst in England unterwegs. Wie schaffst du es denn jetzt, diese ganzen Emotionen, die du normalerweise immer an der Seitenlinie ausleben kannst, jetzt irgendwie rauszubekommen? Ja, es ist natürlich schon etwas schwieriger dann, wenn man eine längere Zeit, auch gerade aufgrund der Tatsache, was in den letzten Jahren dann doch war, wenn man dann zu Hause ist, dann beschäftigt man sich mit anderen Dingen, die einen aber nicht so erfüllen. Und wie gesagt, das Fußballgeschäft und das Fußball allgemein ist mein Leben und da möchte ich auch so schnell wie möglich wieder rein. Und auch der FC Ingolstadt ist ein Stück weit dein Leben und da kommen wir zu ein paar Thesen, die ich mitgebracht habe. Ja, ich habe mich wochenlang auf diesen Moment vorbereitet und habe diesen Zettel hier befüllt und bin mal auf deine Antworten gespannt. Du warst dreimal Trainer beim FCI. Ich habe aber gesagt, Uli Hoeneß hat mal gesagt, das war es noch nicht. Wie sieht es aus, ein viertes Mal FCI? Gut, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich dreimal zum FC Ingolstadt zurückkehre, aber man sollte das im Fußball nie ausschließen, weil der Verein ist mir schon ans Herz gewachsen. Ich habe noch mit dem einen oder anderen Verantwortlichen einen ganz guten, engen Kontakt und beobachte das natürlich genau, was da läuft. Und ich wünsche dem Verein natürlich, dass er wieder dahin gehört, wo sie sich alle hinkommt, wo sie sich alle sehen. Und ausschließen kann ich es nicht. Im Fußball kann man nichts ausschließen. Und deshalb schauen wir mal, was die nahe Zukunft gibt. Da schauen wir mal drauf. Du warst, das habe ich vorhin schon gesagt, in England aktiv als Co-Trainer Premier League Championship. Ist der Fußball in England geiler als in Deutschland? Das möchte ich nicht unbedingt sagen. Es waren viele Parameter dabei, die sehr, sehr identisch sind. Was natürlich ausschlaggebend immer in England ist, dann auch sind zwei Faktoren. Einmal diese Fanbase, die da ist. Sehr, sehr viele Vereine tragen ihre Mannschaften immer bis zum Abpfiff im positiven Bereich. Und dann hast du natürlich auch unheimlich viel Geld. Sie kaufen sich natürlich mit die besten Offensivleute auf dem Markt zusammen. Und dann hast du natürlich eine andere Qualität im letzten Drittel in ihren Bereichen. Und da ist eine andere Fußballnation unterwegs. Aber ich weiß auch, dass wir in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und dass wir uns mit unseren Top-Mannschaften vor kaum einer anderen Mannschaft verstecken müssten. Aber dass im englischen Fußball viel Geld steckt, das sehe ich anhand deiner Uhr. Apropos Co-Trainer, da lachst du. Apropos Co-Trainer von Magath warst du ja. Training mit Medizinbällen. Macht das die Spieler wirklich besser? Ja, ich meine, wir haben nicht so oft die Medizinbälle da gehabt. Das ist ja auch ein Mythos, den Felix hat. Und deshalb, ich glaube, alles was... Wir sind in einer Gesellschaft mittlerweile, wo die Mannschaften oder Spieler sehr, sehr in einer Wohlfühloase sind. Und es ist nicht wie damals vielleicht, dass die Spieler dann immer ans Maximum gehen müssen. Wir sind mittlerweile nicht mehr so widerstandsfähig, wie wir es mal waren. Und ich glaube, dass es der einen oder anderen Mannschaft vielleicht gar nicht mal so schlecht tut, wieder den Medizinball auszupacken. Jetzt kommen wir mal auf die Emotionalität. Man weiß ja, du bist, du warst und bist ein emotionaler Coach. Bist aber nie über die Stränge geschlagen. Aber so ein vierter Offizieller, auch in Liga 3, wäre das was, wo du sagst, herzlich gerne? Ja gut, der vierte Offizielle, der macht ja eigentlich einen recht guten Job da immer. Und da würde ich jetzt sagen, dadurch, dass es in den ersten zwei Ligen ist, würde ich das natürlich auch in der dritten Liga bevorzugen. Aber muss ich natürlich auf seinen Job konzentrieren. Und ja, oftmals sieht man es natürlich auch so in allen Bereichen, dass der vierte Offizielle mehr mit den Trainern beschäftigt ist, als dann mit dem Spiel oder am Wesentlichen. Deshalb würde ich sowas schon auch gerade für die dritte Liga, weil wir ja immer auch von der dritten Bundesliga sprechen, würde ich das schon begrüßen. Seit nicht allzu langer Zeit gibt es auch gelbe und rote Karten für Trainer und Betreuer. Sagst du, das ist sehr gut oder gehört das abgeschafft? Ich glaube einfach, dass man gerade die gelben und roten Karten dann nur nutzen muss, wenn wirklich einer über die Stränge springt. Und am Ende des Tages bin ich kein Freund davon, weil ich glaube, dass das Trainergeschäft und das Geschäft allgemein lebt von Emotionen bis zum gewissen Maße natürlich. Aber wenn einer mal den Bogen überspannt, dann kann man ruhig mal da zu diesen Maßnahmen greifen. Aber in der Regel bin ich kein Freund davon. Jetzt bin ich mal gespannt auf das nächste Thema. Video Assistant Referee. Den gibt es noch nicht in Liga 3. Hättest du den gerne? Ich möchte das gerne verallgemeinern, weil man dachte, durch den VAR kriegt man das ganze Thema ein bisschen ruhiger. Und diese Diskussionen werden nicht so sein, wie es ohne Videoschiedsrichter war. Aber Fakt ist, dass da, glaube ich, mehr Diskussionen mittlerweile sind, als dass wir sie vorher hatten. Und es ist etwas unglücklich, weil das Aufgabengebiet nicht so klar ist, wie es eigentlich sein sollte. Und nochmals, genauso wie mit dem vierten Schiedsrichter in der dritten Liga, wenn man es in der ersten und in der zweiten Liga hat, dann würde ich es auch in der dritten Liga begrüßen. Ansonsten bin ich nicht wirklich ein Freund davon. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du ein Freund bist von Relegationsspielen. Du hast ja das eine oder andere schon erlebt mit dem FC Ingolstadt. Der eine sagt, das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe. Sagst du, das soll so bleiben, Relegationsspiele? Oder sagst du, wer am Ende da steht, wo er steht, das soll dann auch genau so kommen? Ja, es macht ja einen gewissen Reiz aus, diese Relegationsspiele. Gerade für den Underdog ist es nochmal eine Möglichkeit, seine Ziele zu erreichen, weil er eigentlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Und für den Favoriten, der dann höherklassig runterkommt, ist es dann manchmal gefährlich, aber es ist trotzdem nochmal eine Situation, wo sie was korrigieren können. Aber ansonsten, ich bin schon dafür, dass die Relegationsspiele bleiben, weil sie einen gewissen Reiz haben und auch der Fokus dann nochmal Ende einer Saison komplett nochmal auf die Ligen ist. Deshalb, ich meine, ich habe es ja selbst mehrmals jetzt erlebt in den letzten Jahren, es war schon eine Ausnahmesituation. Einmal geht es glücklich aus und einmal geht es weniger glücklich aus, muss nur immer fair bleiben. Manchmal ist das ja auch so mit seiner Anstellung, mal ist es glücklich, mal ist es unglücklich und irgendwann ist es ja auch mal zu Ende. Du bist Cheftrainer AD, also außer Dienst und zum Beispiel in Aue wird ein Trainer gesucht. Ist das, oder nein, fragen wir mal lieber so, was muss ein Verein bringen, dass du sagst, Thomas Oral passt da hin in Liga 3 vor allen Dingen und wäre Aue zum Beispiel reizbar? Natürlich ist klar, dass man eine gemeinsame Zielsetzung hat und auch, denke ich, gemeinsam diese Aufgabe dann angeht. Ja, Aue hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut gearbeitet. Sie haben durch Leonard einen Präsidenten gehabt, der natürlich den Verein gelebt hat. Sie sind schon letztes Jahr sehr, sehr unglücklich gewesen, dieses Jahr in ihren Entscheidungen sehr unglücklich gewesen. Leider ist der Präsident zurückgetreten, der eigentlich das Gesicht dieser Region und dieses Vereins ist mit seinem Bruder. Und ich glaube, sie sind selbst erst mal am Suchen und am sich selbst wiederfinden. Und so Vereine sind immer ein Thema, aber im Moment ist es für mich kein Thema. Also kein Erzgebirge Oral? Nein. Nein. Laptop-Trainer gibt es, es gibt die alte Generation. Was sagst du, Menschenführung oder Taktik? Was ist wichtiger? Ich glaube mittlerweile, dass eine sehr gute Mischung sehr, sehr wichtig ist. Aber die Menschenführung ist schon, gerade was die Führung eines Vereins und einer Mannschaft angeht, unheimlich wichtig geworden. Man hat es gerade in den Extremsituationen erlebt man das immer wieder, dass die Taktik dann etwas hinten angestellt wird. Und wie viele Vereine können es sich erlauben, nur über das Taktische zu kommen? Es ist unheimlich schwer. Deshalb denke ich, dass Menschenführung an oberster Stelle steht. Dürfen dich deine Spieler eigentlich duzen? Ja, natürlich. Und da sagst du nicht, da gibt es irgendein Autoritätsproblem? Also du bist auch so ein Kumpeltyp oder eher distanziert? Nein, es gibt Spieler, die jungen Spieler, die haben es von sich aus im Großen und Ganzen nie gemacht. Sie haben mich fast immer gesiezt, obwohl sie es durften. Und die erfahrenen Spielern, denen habe ich das auch immer direkt angeboten. Und ich wollte das auch so haben, weil gerade in den Aufgaben, in denen ich in den letzten Jahren gesteckt habe, war es immer so, dass eine gewisse Nähe da sein musste. Man musste sich gut austauschen, die Mannschaft immer mit ins Boot nehmen, um gewisse Entscheidungen nicht immer nur alleine zu tragen und zu fällen. Weil es immer wichtig war, dass die Mannschaft sich in dem, was wir machen, sich wohlfühlt. Und dann hätte es nichts gebracht, stur irgendwo eine Linie durchzuziehen, die es in dem Moment nicht förderlich war. Jetzt hast du ja zu Beginn gesagt, dass du dir diverse Spiele anschaust, bist auch immer in den Stadien unterwegs. Unter anderem deswegen bist du ja auch so ein Experte und kannst die Frage, die jetzt kommt, beantworten. Wer steigt auf und wer geht runter in Liga 3? Diese Frage, ich meine, das hat nichts mit Experten-Dasein zu tun. Man sieht ja jetzt auch an Elvesberg, die in den letzten Jahren immer wieder hervorragende Arbeit geleistet haben in der Regionalliga. Und sie steigen auf und sie haben momentan den Flow, wobei ich auch sage, das ganze Gerüst in dem Verein stimmt. Wer steigt auf? Ich gehe davon aus, dass Dynamo Dresden sehr, sehr weit oben ist, Ende der Saison. Und dass natürlich 1860 jetzt reif ist, weil sie doch in den letzten Jahren immer wieder auch selbst zwar nach außen etwas vorsichtiger waren, aber intern schon immer aufsteigen wollten und natürlich auch eine gewisse Unruhe in dem Verein dann immer wieder war und sind dann, glaube ich, zweimal Vierter geworden. Und so wie man jetzt sieht, mit dem Lauf, den sie haben, denke ich, dass 60 München mit Dynamo Dresden schon eine große Rolle spielen wird. Und Ingolstadt, wenn sie ihre internen Geschichten in den Griff bekommen, dann denke ich auch, vielleicht nochmal ein Wertchen mitreden können. Und dann auf Platz 3, Ingolstadt. Ja, wobei man Elvesberg nicht außer Acht lassen darf, weil man sagt ja immer der Aufsteiger, aber sie sind kein typischer Aufsteiger, weil wenn du eine Top-Mannschaft, einen Top-Favoriten mit 6-1 aus dem Stadion fegst, dann sollen alle Alarmglocken läuten dann, denke ich mal. Eine kurze Sache habe ich noch. Wir sind in der Magenta-Welt. Bei Magenta Sport, Liga 3, bei Magenta TV steht die WM bevor. WM 2022, wer wird Weltmeister? Ja, einer meiner Top-Favoriten sind die Deutschen natürlich. Auch wenn momentan in der heutigen, also Stand jetzt, natürlich viel, viel Unruhe da ist. Aber Hansi Flick hat schon bei Bayern München einen herausragenden Job gemacht. Und ich glaube, dass er viele, viele Erkenntnisse aus den letzten Wochen für sich selbst zieht. Und ich glaube, dass wir, auch weil wir eine Turniermannschaft sind, ein großes Wort da mitspielen. Ansonsten muss man mal schauen. Ich bin jetzt nicht so in den Nationalmannschaften richtig drin, dass ich sage, bei vielen war es so, dass da auch ein Umbruch war. Wird eine interessante WM, auch aufgrund der Tatsache, dass sie in Katar ist. Eins kann ich dir sagen, Italien wird es nicht. Herzlichen Dank, Thomas Oral. Danke für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Danke dir. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.